So, aber etwas hänge ich noch in dem Part dran. Gratulation zur Wiedererlangung des Universal Titels bei WrestleMania. Aber jetzt beginnt die echte Arbeit, seine Verteidigung. Und das können wir jetzt wirklich machen. Also die haben wirklich dran gedacht, nach dem Karrieremodus, also neben Matches. Ich habe vor, um einiges länger am Titel festzuhalten. Als ich es beim ersten Mal tat, als ich Champion war und das tue ich, indem ich jeden Herausforderer annehme. Ich mag deine Einstellung, doch deine erste Titelentscheidung steht schon fest, da AJ Styles ja um einen Rückkampf bei Backlash gerieten hat. Aber ich will dem WWE-Universum etwas anderes bieten, als es bei WrestleMania gesehen hat. Und weil du der Champion bist, dachte ich, ich lasse dich die Matchart aussehen. Also, was soll's werden? Aber wie geil, das ist das denn. So, V-Scount Anywhere, Hell in a Cell oder TLC. Ich will ein Hell in a Cell-Match. Hatten wir in diesem Spiel noch gar nicht. Auch TFC-Match noch nicht, aber nur bei einem Hell in a Cell-Match ist garantiert, dass sich Finn Vela nicht einlöscht. AJ Styles, du hattest Glück bei WrestleMania, aber deine Glückssträde wird nicht lenken. Ewig Glück. Wir haben uns in zwei Matches gegenüber gestanden und ich habe beide gewonnen. Wir werden sehen, was in unserem Rückkampf geschehen wird. Ich weiß, was passieren wird. Ich werde gewinnen. Und du wirst von The Face Who Runs This Place zu The Jump Who's In This Love. Oh, wie geil ist das denn? Auf zum Pay-Per-View. Aber ich will noch die Punkte verteilen. Wir wollen doch nicht als Schwächling in Pay-Per-View landen. Was haben sie gut gemacht? Landet man jetzt sofort immer im Pay-Per-View oder kann man auch Raw kämpfen oder so? Ach. Landet man jetzt sofort immer im Pay-Per-View. 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 Ich denke mal nach diesem Pay-Per-View Match werde ich Battle Frame weiterspielen. Vielleicht komme ich da auch weiter. Ich denke mal nach diesem Pay-Per-View Match. Dann wollen wir mal zum Pay-Per-View. Wir haben einen der besten Talenten auf dem Roster heute gegen A.J. Stiles. Der nächste Contest ist ein Hell-in-a-Cell-Match. Und es ist für den WWE-Universal-Championship. Funktioniert Blackout auch in einem 1 gegen 1 Hell-in-a-Cell-Match? Das wäre geil. Okay, das muss ich vielleicht noch anders einstellen, dass mit Titel reinkommen. Die Phenomenal-A.J. Stiles. Die Phenomenal-A.J. Stiles hat sich auf die Moniker zu verraten. Das ist ein All-in-a-Cell-Match. A.J. Stiles has constantly proven that he is a mastermind of offensive innovation and it has taken him to the championship promised land on multiple occasions. I think I can even lose my title right? Introducing the challenger from Gainesville, Georgia weighing in at 218 pounds the phenomenal A.J. Stiles introducing the champion from the city of Atlantis weighing in at 188 pounds he is the WWE Universal Champion Bad Boy Drake Moore B.J. Stiles Thank you for the Ja, Scarlet Family! Danke Leute! Und willkommen! An alle von Liz! Alter, AJ! Raus mit dir! Uff! Bam! Nix da! Und jetzt... Raus mit dir! Und erstmal hallo an Killer, Selachio, Searon, Dark! Liz! Katze! Patsi! Hi! Ich hoffe, ich habe keinen vergessen! Uff! Aua! Baaam! Na na na, AJ, komm mal her! Baaam! Hier geblieben! Wo will er hin? Ja, ihr markiert gerade euer Revier! Au! Nein! Lass das, AJ! Ne, 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 ich bin mal... Nein! Ah! Ah! Mh! Mh! Was ist denn das für ein Koti? Solche Kotis hab ich noch nie gesehen! Soll ich Signature machen, Andi? Ich schmeiß ihn wieder raus. So, komm hoch! Ich wollte ihn eigentlich aufheben, aber okay, das kann ich auch. Da Koti und Fancy Koti, aha! Was? Das kann ich auch! Was? Nein! Oh Gott, ich hab keinen Ausweich mehr, ich muss mal raus. Oh, schade, hier draußen kann man nicht jubeln, merke ich grad. Mein Ziel ist das irgendwie, den Käfig kaputt zu machen, damit ich hier... ...nach oben kann. ...nach oben kann. Na? Was ist denn das mit Kotis um sich? So, AJ, komm mal her! So, steh auf! Oh nein, das war... ...Käfig, kanns doch mal kaputt gehen! ... 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 Ich habe noch eine andere Idee, den Käfig. Oh Gott! Der Käfig lässt wirklich nicht nach. Oh Gott, ich blute! So, ich lock den mal hier hin. Ich will mal was ausprobieren. Vielleicht funktioniert das ja. Oh Gott! Ach verdammt. Noch mal. So, ein Schlag. Ja! Durch den Käfig! Ich hoffe, er kommt mir hinterher. Ja? Du musst was mit mir beschreiben. Okay, ich hab Angst. Muss ich Angst haben? Das ist Sparta! Ja! 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 Was? Du sollst liegen drin! Nichts Schlimmes? Okay. So, komm her! Komm! AJ! Zeig mal was dein Haus so drauf hat! Ups! Du kannst hier! Es wird dunkel. Was passiert hier? RKO Out Of Nowhere Titel verteidigt Ja, Sounds habe ich übrigens hier auch in meinem Stream Die kosten nur viel Was macht AJ da bitte? Titel verteidigt Ich glaube du hast noch nicht genug Punkte, Killer Die kosten 100 Muss ich vielleicht mal ändern oder so? Jetzt habe ich ein Tuturu gehört, aber das war mein Handy So Oh 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 Bis zum nächsten Mal.